Ich weiß nicht, wo ich hier bin, aber ich werde einfach mal... Das ist doch rot, oder bin ich jetzt bescheuert? Ich habe jetzt mal ein bisschen Licht gefunden hier. Okay, jetzt warte ich lieber doch erstmal, bis Robert seine Farbenblindheit erkennt. Das sieht... meiner Meinung nach ist das rot. Also normaler Sonnenuntergang ist das nicht. Das war... Das war... Das war wieder Ronny. Nee, das ist rot. Das kann ich dir jetzt sagen. Es ist rot. Okay, ich habe hier noch ein halbes Herz gefunden. Mal schauen, was das wieder ist. Ein halbes Herz? Ja, da ist ein halber Lebenskristall, der in der Lava steht. Da muss ich echt was machen. Ich werde mich... Ich werde mich... Nein! Verpissen, Alter. Oh, jetzt ist das so eine blöde Schleim-Mutti. Entschuldigung. Das ist echt scheiße, wenn man nur springen kann, ey. Das ist der rote Vox da. Der haut durch. Der knallt, ja. Oh, wenn ich jetzt hier runterfliege, denn... Ba, 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 Bananas. Alter, ich kann hier aber auch nicht bauen, oder so. Ihr kackt, du baust, oder? Oh, scheiße. Der Lebenskristall in die Lava geflogen. Jetzt muss ich doch mal... Oh, mein Gott. Ich brenne. Oh, mein Gott. Born to be alive. Ey, der ist immer noch da. Hat mir gefallen. Hab ich den jetzt im Inventar? Born to be alive. Oh, nein. Born to be alive. Okay, ich muss es irgendwie anders machen. Warte mal, jetzt wird es gerade ein bisschen hektisch. Liebe Zuschauer, ihr werdet mir verzeihen, ja. Oh, leg mir den Arsch. Der ist doch nicht mehr rot, oder? Ist hier die Lava, Alter, am Starte? Jetzt findet ihr den Old Moon hier gar nicht. Sonne, Mond und Sterne, der Arsch leuchtet aus meiner Laterne. Der war nicht mehr geil. Ey, wir hatten unsere Hütten hier so derbegeil dekoriert. Da liegen überall Grabsteine oben drauf an den Ecken, Alter. Das sieht hart aus, Alter. Das kann ich dir sagen. Das war das Auge von Cthulhu, das das mit unseren Leichen dekoriert hat. Sein ist hart, Alter. Ich habe den Spiegel. Na toll. Und ich bin in Lava. Ich glaube, ich werde sterben. Ah, hier kommt der Mond. Also, ich kann euch Entwarnung geben. Es ist doch kein Blut im Mond. Schade eigentlich. Dann war da doch wohl ein stinknormaler Sonden und der Yank. Ich muss jetzt trotzdem mal drauf gehen. Wie viel Uhr haben wir da? Quatsch, wie lange nehmen wir den Ecken? Wie viel Uhr haben wir, ja. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, wenn der Mond kommt, kurz vor zwölf. Ich kann es dir auch gerade gar nicht sagen. Warte mal. Ich auch nicht. Die Scheißschleim, oder? Spiegel. Du spielst gerne mit Magma, Lukas. Lebenskristall? Noch eine, Alter? Wir nehmen jetzt schon seit geschlagenen 50 Minuten auf. Hast du mir jetzt ja alles um die Ohren geworfen, sag mal. Schau nach. Mal bestimmt das Auge von Stoller. Vor das Stalle. Das Auge von der Stolle, Alter. Warte mal. Ich bleib noch. Ah, hier, der Pfotz im Glas, ja. Was war das, Alter? Na, endlich mal was Kodimitis. 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 Oh, Pondistar Käse. Haben wir schon? So. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Der bringt mich hier voll aus dem Konzept. Ja. Fotz im Glas und so. Die sind alle verklaut. Boom to beeline. Außer Ronny Da gehöre ich ja Ja Hört sich an wie so'n Kneipen-Terrorist da ne Wie so'n Stuhl Oh er hat den Damn Energy Drink aus Oh oh Meine Bombenstato geht aber ab oder was Mit kommt ein Fisch Prüschbaut Fisch da ne Genau den Genau den Hier oben sind ja alles jetzt meine Truhen ne oder was Nein Das ist alles Meine Linderheit hier wird nicht diskutiert Hier hat er Hier hat er Boah ich muss noch 2 Sternschnuppen finden dann hab ich ein Mana-Kristall Dann kann ich mich endlich teleportieren Ehrlich? Also ich hab hier 6 Mixer hat jetzt nicht Er hat 6 Ne hier ich hab Dings hier ne Sternschnupp Genau Knicknack Kann ja welche bohren Du musst mir aber neue sammeln Ich hab schon 1, 2, 3 Das ist das ja nicht wir sind ja Kollegen hier wenn du welche brauchst Ich hab alle da am Start Jetzt hab ich sogar noch einen abzugeben aber jetzt mach ich erstmal den Crystal Das Debs Zeug in der Hut hier Was ist das denn alles hier? Die Zeugen hier Eichel Eisenhaut Tränkelte Wurfmesse Ne Erzdämon ist hier schon alter Flinkheitstränkelte Ich werd noch niemals besiegen können alter Klippe Granate 12 Stück alter Ok ich glaube ich bin gleich bei euch Sehr gut Ich werd noch zu wenig zu erledigen hier Oh was haben wir denn hier alle was ist das denn alles eh Und dann können wir nämlich aufteilen Goldfischtüren hat er hier noch drinnen ist halt halt alter Goldfischtüren Gib mir Gib mir den Rest Schwert noch Glühender Pilz Was ist das denn alter Ehhhhh Hallo Oh Gott der ist schon wieder Auge von Shitdonner hier Ich hab auch nicht viel was ich euch geben kann Hier noch ein schwacher Heil Oh Noch ne Bombe Was ist denn Gravitationstrank alter Soll ich dir geben gooo Ah Gravitationstrank äh ja Die Schwerkraft ja Ich glaub da kannst du an der Decke laufen Da brauch kein Schwein Da brauch kein Schwein Hat alter Ist nicht schlecht alter Drei Minuten Dauer hat das Ding Ohja Aber das ist nicht mehr lauer Kannst du ja mal aus Juxendollerei benutzen Hast du alles gegeben Daniel Leute Ähh Warte Also ihr habt doch hier Ja Diese Flaschen gesucht ne Zum springen hier ne Ja Die Irgendeiner hat 13 Stück davon in der Truhe drinnen Nein das sind glaube ich normale Wasserflaschen Ehrlich jetzt Jaaa Na sicher Ah Wolke Das ist glaube ich Entschuldigung Ja stimmt Das ist glaube ich Ronnys Etage oder Ne stimmt Stimmt ist richtig Alles gut Ok äh Robert Du hast aber auch gutes Zeug am Start hier ne Wirklich mal alles mit dir Zeug Nein Quatsch So was Die Erze und so die du unten gesammelt hast Ach so Ja Warte mal hier Daniel Erzi Was hab ich Ich schmeiße das nochmal weg jetzt Hast du wohl nur 21 Gold gesammelt Ja es tut mir sehr leid Ich weiß nicht Ich habe nichts Positives mitbekommen Ich weiß nicht Ich habe nichts Positives mitbekommen Ja aber Oh Robert hat aber ganz schön hier Silber brauchst du auch noch ne Ja 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 Soll ich das Dämonit Erz auch nochmal dir geben Erz Äh ja Von voll auf Mit das hier nur Das genieße ich hier Alles hier Und dann hab ich noch Kurve Erz Das kannst auch haben Alter Ich hab dir da nichts zu sagen Eisen Erz habe ich auch noch viel Da war es wieder klar Und das war der erstmal Okay dann 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 warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Hab ich dann vielleicht auch noch was Warte mal bitte Schlamm block hat es mir doch geben Höhe Schlammcatchen Schlammcatchen Oder ein späher Ein eifriges späher Da stell ich mir grad die frau vor Wie die schlammcatchen Oh hier unten ist alles voller Voller. Voller. Zombies. Und Dämonenauern. Der Bautenauern. Da kommt ein glibber Zombie. Lukas, ich geh kurz jetzt. Wolltest du irgendwas machen, oder? Ach bitte nicht. Ich wollte die Erze zu Barren verarbeiten und aufteilen, Schatzi. Schönen Gruß an, Roy. Ja, habt ihr natürlich gehört, ne? Ja. Das war klar. Der haut hier auch durch, oder? Heute weiß ich nicht. Keine Ahnung. Alter, wer ruft denn hier jetzt auf dem Festnetz noch an um die Uhrzeit? Oder der... Polizei. Geh ran. Ja. Ich bin noch nicht vorne. Die wollen dein Wurzelchakra überprüfen. Fahrlehre. Er erzählt mir heute so... Er erzählt mir heute Morgen so... Jo, ich war heute Morgen beim Arzt und dann hat er erzählt, dass er am Wochenende angeln war auf Boat und dann wurde er mit mal schwindelig und so was. Jo, war ein kleiner Schlaganfall, sagt er. Nichts Besonderes, ich sag, ja. Mit sonst nichts, weil er ist, ne? Hade, der leuchte Schlaganfall, sagt er. Leuchte Schlaganfall, ja. Toll. Das kann ganz schnell ein Derwer werden. Du sitzt nachher da, weißt du, ne Fahrstunde... Ja, dann auf einmal, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich denn machen soll, oder? Erstmal Vollbremsung, Handbremse, hier. Ja, der Ding. Ja, der hat sogar in 50er. Von 100 runter auf 100. Erstmal mit dem Kopf an ne Scheibe vorne, an ne Windschutzscheibe. Alter. Ja, aber was willst du denn machen, wenn der damit mal einen Schlaganfall kriegt, an ne? Ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich da als erstes machen soll, oder? Telefon nehmen, den Typen auf den Sack hauen, oder was weiß ich, was. Ne, das erste, was ich machen würde sowieso, erstmal den komischen Krankenwagen da rufen. Mann, ich wüsste eh nicht, was ich machen soll. Was wirst du beim Schlaganfall großartig machen, ne? Schlagen. Kannste, kannst ja nicht, ja. So, warte mal, Robert, bleib mal da stehen. Schlagen hat mir jetzt gefallen, deine. Hä, warum krieg ich jetzt Goldbahn und Silberbahn und dat alles? Okay. Weil ich aufteue, oh, Fisch. Fisch, ja. Fisch baut Fisch in mir. Fisch in der Buddel. Fisch, Fisch, Fisch on the Bottle, alter. Fisch on the Bottle, alter. Das geht schon wieder gut auf, hier. Pissboxer, ne. Oh, ich bin wieder gut drauf. Shit, shit so bad, shit so low, shit so beautiful, schwelele. Oh, ja. Ja. Kennst du dich? Oh, du weißt, hast du dich verfasst. Ja, es tut mir leid. Shit so bad, shit so low, shit so beautiful, schwelele. Dann hat dein Leben noch nicht viel Bedeutung gehabt, so. Na, das wollen wir jetzt mal. Oh, 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 er war hart, ne, er war hart. Jetzt bin ich ja von Daniel gewohnt. ...und was, hm? vost boh wow joo ... ich brauch nur noch ne Hände, meint eh… Ahhhhhhhh ну willst du Motorrad fahren, oder was? Carmen Schmidt ich gehe jetzt mal an Ronnies Kisten, geh OH oh Nein ich wollte nie gucken ob der so ein blindes Auge noch hat Santa maria Ich darf das, ich bin Ronnys Kumpel. Ja, ja, hier, Lukas, ne? Was denn? Alles hat er dir rausgeklaut? Alles, ja. Boah, ich hab jetzt so eine fette Rüstung aus Ronnys Klamotten, aus Ronnys Sachen gebaut. Ja, siehst du? Ich hab bei Ronny erstmal zwei Pilze gekauft und geklaut und hab mir jetzt da Schuhe draus gebaut. Sehr gut. Pilzschuhe, ne? Die Klaut. Pilzschuhe. Ach so. Der kleine Muck, alter, der geht dann ab jetzt. Wer kennt den kleinen Muck, alter, jetzt mal ehrlich. Ich. Ronny, kennst du den kleinen Muck? Auf jeden Fall. Wann hat er gemacht? Boah, super schick, alter. Haben sie diesen Muck gesehen? Haben sie den Muck gesehen? Ne, der war zu schnell. Da kam kein Blitz da hinterher, alter. Ich denke, so eine Schuhe müssten sie mal erfinden, alter. Zack, an das Ding einem auf den Boden gelasen, alter. Au reinen, alter. Die wird bestimmt irgendwann Sega rausbringen als Merchandise für Sonic. Ja, richtig. Ja, alter. Boah, alter. Das wäre doch mal, alter. So eine Zukunft. So eine damn Schuhe am Start, alter. Geht ab, alter. Alter. Also heute als Gastkommentator Ronny in der Rotfunk-Anstalt. Aber wirklich. Der haut einen raus. Ohne Scheiße. Ja, da wird jetzt wieder passen Salami. Düh 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 Boring Wie geht's schon da weiter? Oh Leute wir haben auch die Stunde geschafft ist das der Wahnsinn Oder ist das der Wahnsinn? Wir müssen allerdings noch mit einrechnen das wir vorher noch ein bisschen rumtrab- rad höhle 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 so Lukas jetzt nochmal. Wir haben jetzt your k uppmer, memory trem go. Kann er sein?! Nein, du hast den in deinen Vanity-Slot gelegt, aber du hast eigentlich eine andere Rüstung an. Nein, ist nicht so. Tja, dann bist du ein bisschen doof, weil ich hab letztes Mal für alle Rüstungen gemacht und aufgeteilt. Du hast mir nicht zugeben, sag ich ehrlich, weil ich hier, ne, wenn wir benachteiligt werden und so. Ja, das würde ich auch. Also... Das regnet schon wieder hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Das gefällt mir gar nicht, ey. Oh, da war noch ein Nene. Nene, nene. Ja, Kupfer, ich hab verkackten Kupfer-Helm. Geht mal in euer Ausrüstungs-Inventor. Haben. Da haben, ich habe kein... Helm. Ich habe Kupfer-Helm. Ich habe Kupfer. Du hattest gesagt, er hat letzte Aufnahme, kannst du YouTuber anmachen. Hattest du gesagt, wir machen erstmal Kupfer. Ja. Das ist gut. Weil du nicht genug hattest, hast du gesagt, wir machen für zwei Kupfer und die andere Silber. Oder so. Heile. Bringt mir fast sicher. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay. Dann... Was? Lass uns das in der nächsten Folge behandeln. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann machen wir es so. Ich weiß auch, glaube ich, wo das Problem ist, aber das machen wir nicht mehr jetzt, sondern später. Ich wollte gerade sagen, damit wollen wir uns natürlich wieder herzlich an die Zuschauer bedanken, dass sie uns zugeguckt haben, ne? Ja, aber... Wollen wir das nicht? Doch. Doch, doch. Und hier guckt nochmal meine Bombenstatue an, ne? Bombenwetter hier. Von Ronny habt ihr auch ein besonderes Danke, dass ihr seine Röhm zu hüllen dürftet, tragen musstet. Ja, bestimmt schon die ganze Schüsseln da an vollkotzteher. Eigentlich müsste man dafür jetzt GIZ verantragen, ne? An euch, aber wir wollen es nicht zur Seite reichen. Salami-Gebühren, Alter, sind da... Nein, passt doch. So, ist gut jetzt. Wollte gerade sagen. Denn... Sehen wir uns auf jeden Fall. Ne, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Erzählst schon, wie wir uns total im Glück sind. Nein, hören, ich sehe das ist Quatsch jetzt schon wieder. Doch, Robert hat angekündigt, dass er ab jetzt mit Facecam macht. Ne, Leute, da kotzt den ganzen Tag. Ich mach nichts, Facecam. Ich halte meinen Arsch da rein, ja. Dann mal legt da so ein Gesicht drauf und dann bewege ich mir die Backen. Ich krieg jetzt gerade Schluck auf, das heißt, wir müssen die Aufnahme jetzt beenden oder nie. Okay, dann machen wir es jetzt, ne? Also, tschüss. Tschüss, liebe Zuschauer und lasst euch nicht... Psch, ne? Psch, Bock hat's an. Tschüss.